Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans. Bevor wir direkt loslegen, muss ich schon mal leider sagen, dass es mit dem Clan War nichts geworden ist. Wir haben verloren, aber ich möchte heute die Folge mit einer guten Tat beginnen. Und zwar darf Luca live angreifen. Also wir haben gesagt, ihr seht, drei Angriffe stehen noch aus. Wir werden keine sechs Sterne mehr holen oder die Gegner haben noch mehr freie Angriffe. Deswegen ist es für Luca ein reiner Übungsangriff. Und auch ich generell empfehle euch immer, auch wenn ein Clan noch verloren ist. Klar, es gibt noch einen Mini-Verlierer-Bonus. Den darf man nicht aus Acht lassen, wobei da die Truppenkosten teurer sein werden. Und, wie es auch Luca macht, ihr könnt üben. Ihr seht, Luca ist die 20, greift die 21 an, macht das mit einer Hybrid-Taktik. Und ja, wir nehmen uns das Ganze gleich mal, schauen uns das näher an. Fängt hier mit zwei Golems an, macht die Magie hinterher. Hat dann noch Hexen dabei, einen Blitz für die Clan-Burg, einen Jump für die Golems. Seine Helden sind beide auf 17. Mauerbrecher hat das hier schon mal ein bisschen aufgeräumt. Das Astro wird durchbrochen. Und genau dahin sollten die Golems dann auch laufen und auch später den Jump nutzen können. Glamurg wird jetzt hier teilweise gelockt. Mit der Hexe ganz hinten, wie man es kennt. Da ist es wirklich wichtig, dass er sich voll auf die fokussiert. Blitz geht Richtung Hexe. Und Barbarenkönig Zünden hat er, glaube ich, verpennt. Im Blitz-Wirrwarr. Also das hat, glaube ich, nicht geklappt. Die Golems kümmern sich jetzt hier noch um den Minenwerfer. Dann sollten sie den Jump benutzen. Aber er kommt jetzt schon mit den Schweinen von hier oben. Zwei Heels sind noch am Start und ganz klar, das ist eine Taktik, die auf drei Sterne ausgelegt ist. Vom Angreifen muss man ganz klar sagen, passt das auch. Also eine Nummer unter ihm. Das ist völlig legitim, völlig in Ordnung. Golems im Zentrum. Die Queen kann dahinter aufräumen, die kann noch zünden. Und jetzt ist die Frage, wie weit die Golems es eben außenrum noch aufräumen. Ich glaube, das schaut gar nicht schlecht aus. Jetzt wird der, ja, den hier, war, glaube ich, gut. Jetzt werden sie noch mal ein bisschen hochgeheilt. Jetzt sind sie dann alle Max, wenn sie dann Richtung letzten Magierturm laufen. In der Mitte, Barbarenkönig ist noch am Start. Die Queen holt jetzt das Rathaus. Und wenn es am Ende zeitlich keine Probleme gibt, dann sollte das wirklich ein schöner Three-Star vom Luca sein. Also Magierturm und Bogenturm und Kanonen sollten alles innerhalb kürzester Zeit schmelzen. Die Hexen hat er noch hinterher. Da, bin ich ehrlich, habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. Jetzt hat er hier einen Goblin dabei. Schon mal ganz sinnvoll. Und auch noch einen Bogen, den er hier gesetzt hat. Zeit ist immer so eine Sache bei so Hybrid-Taktiken. Da habe ich heute auch schon ein paar Angriffe live zugeschaut, wo es am Ende leider nicht geklappt hat. 1,99% und ein Gebäude, 2 Hits oder so, weil es eben ein Zeitproblem war. Wir haben jetzt hier die Queen noch am Start, die auch noch zünden kann. Wir haben eine gute Menge an Schweinen, die hier aufräumt und eben noch 1 Minute 5 Zeit. Wenn alles glatt läuft, dann sollten das, denke ich, drei Sterne werden. Hier nochmal eine böse, böse Riesenbombe. Aber die Schweine haben Gott sei Dank überlebt. Sowas wäre natürlich dann auch ein K.O.-Kriterium. Queen ballert gegen das Mauerstück. Die wird sich dann Richtung oben orientieren. Aber ich sage jetzt einfach mal, das werden drei. Das reicht zeitlich meiner Meinung nach aus. Aber wir werden es gleich sehen. 45 Sekunden hat er es noch. Oben ja, Elixir und Kreuzlager, die mit den meisten Hitpoints. Aber eben die Queen noch am Start, die irgendwann es schon gezündet hat. Und die Schweine arbeiten sich hoch. 30 Sekunden, ja doch, das sollte schon reichen. Die Queen räumt ja mit auf. Die Schweine in der Masse. Ihr seht das, jedes Gebäude gefühlt ein One-Hit. Halt viele kleine Hits. Und zeitlich klappt das auch. Also Luca, an ihm lag es nicht. Er hat das hier wunderschön gemacht. Also nochmal einen Stern dazugeholt. War ein guter Angriff, bis auf King-Zünden, wenn ich es richtig gesehen habe. Das hatte nicht geklappt. Also hier, ihr seht das, hat er nochmal einen Stern dazugeholt. 20 gegen 21, genauso wie es sein soll. Ja, generell, was ist denn das Problem? Wir schauen uns mal die Statistiken an. 3-Stars führen wir mit 6 zu 4. 2-Stars sind wir hinten. 1-Stars führen wir leider. Und das ist ganz klar das Problem, wenn wir mal in den oberen Bereich gehen. Da wurde dieser Clan wohl entschieden. Wir haben bei der 1 keinen Stern geholt. Gehen wir zum Gegner. Der hat einen 2-Star geholt. Wir können ja generell hier mal bei unserer Seite anfangen. 2, 2, 2, 2. Damals zwei 1-Stars. Hier oben sogar schon ein 3-Star. Ja, da wurde es entschieden. Ihr seht das. Da waren mal zwei 2-Stars auf 3 und 4. Das ist optimal. Die 5, die 6, die 7, die 8. Das ist einfach too much. Haben wir nun den 1-Star. Dann 9, 10, 11 wieder mit 2-Star. Bei der 12 nochmal einen 1-Star. Und auch hier bei der 18 noch. Also da kann vielleicht... Edi, denke ich, wird sich die 18 noch schnappen. Oder... Ne, Lord nicht. Das war ja seine Nummer. Hat hier nun einen 1-Star geholt. Also da wäre es schön, wenn Edi einfach für die Optik nochmal drüber geht und zwei oder drei Steine holt. Unten waren dann die 3-Stars auch da. Das Hauptproblem war einfach, die haben oben die RH-10er insoweit gefailt. Dass sich dann danach die... Also sagen wir mal, einer greift an, holt 0 oder 1 Stern. Dann muss der nächste Townhold-10er sich nochmal um die Base kümmern. Und der hat teilweise dann nochmal gefehlt. Optimalfall wäre natürlich, jeder macht beim ersten Angriff einen 2-Star. Und dann können schon auch die 10er sich um den unteren Bereich kümmern und schauen, dass sie 3-Stars machen. Das hat aber hier bei diesem Clan-War leider überhaupt nicht geklappt. Also bei mir ging auch der zweite Angriff schief. Ich habe ihn zwar gewonnen, aber ich habe nur einen 1-Star geholt. Der erste Angriff, den habt ihr im gestrigen Video gesehen. Ja, und der eine oder andere oben hat sich eben ein bisschen schwer getan. Bei Moritz lief es diesmal leider nicht so. Jonah neu dabei auch nicht. Ja, auch Epic ist in dem Clan-War mit 0 raus. Und ja, klar, Clan-War ist immer eine Teamleistung. Deswegen möchte ich da auch niemandem einzeln was angreifen. Aber ist natürlich ärgerlich. Also ihr seht, das ist hier, ich habe es ja euch auch gestern gezeigt. Wir haben 60 wins, die 71. Und diese 11 mehr waren vielleicht die 11 Erfahrungen mehr, die es hier entschieden haben. Durch den Push muss man natürlich ganz klar sagen, wir haben sehr, sehr viele neue RH10er reinbekommen. Es sind momentan 45 Leute im Clan. Und ja, was macht denn meine Base? Ich habe trotz Push zwei Sachen starten können. Den ersten, Tesla hatten wir schon im gestrigen Video. Heute den nächsten starten können. Also da laufen jetzt schon zwei Stück für 5 Millionen jeweils. Und danach werde ich wahrscheinlich mit der Luftabwehr weitermachen. Und ich habe mir nochmal was gemtechnisch gönnen müssen. Und zwar durch dieses ständige Golden Wizard Pekka angreifen. Ich hatte meinen ersten Fail gestern Abend leider noch. Heute schon einen Boost mir gegönnt. Und hier seht ihr einmal minus 27. Der tat weh. Bin jetzt aktuell bei 3350. Mir wurde gesagt, ab 3450. Wenn man eine Def verliert, verliert man nur noch einen Pokal. Was dann natürlich, ja, angenehm ist. Aber 100 Pokale fehlen noch. Pro Push waren wir jetzt immer so plus minus 50 Pokale ungefähr drin. Mit Pech wirst du danach getustert. Verlierst gleich wieder zwei Sterne. Einiges an Pokalen. Also seht ihr hier minus 20. Da hatte ich auch schon einmal minus 1. Weil der einfach viel höher gestuft war als ich. Fast 4000. Ja, also Def-technisch. Da fehlt es mir dann einfach noch an Max. Oder an stärkeren Mauern. Und an stärkeren Helden. Und an stärkeren Verteidigungseinheiten. Da kann ich glaube ich am Ende jede x-beliebige Base ausprobieren. Und ich habe zwischenzeitlich auch noch eine andere Base, die ich noch geheim halten soll. Dass die nicht jeder hat. Von einem aus unserem Clan. Deswegen habe ich dies auch nicht mehr hier. Aber auch die hat nicht gedefft. Auch die hat verloren. Weil einfach, ja, die Angreifer zu stark waren. Und wo ich jetzt noch gejammt habe. Vielleicht habt ihr es schon gesehen. Die Elixiersammler. Ich habe mir alle gegönnt. Für 70 Stück. 60. Haben wir 6 oder 7. Ich weiß es gerade gar nicht. Peinlich. Aber habe ich alle gejammt. Weil ich einfach Elixier-Nöte bekommen habe. Also dieses ständige Golem Wizard Pekka. Diese Pekkas. Ein Pekka kostet halt 50.000. Geht halt richtig, richtig gut ins Geld. Golems. Also dunkles Elixier. Muss ich sagen durch den Push. Ich bereite hier schon mal für den nächsten Push vor. Ja. Hält. Hält so sich die Waage. Also beim dunklen Elixier ist es wirklich so. Man bekommt ja doch einen ganz ansehnlichen Bonus. Dass ich immer so Plus Minus Null bin. Durch den Klan war ich jetzt ein bisschen weniger. Weil da natürlich der Bonus fehlt. Aber. Gold wird mehr. Gar keine Frage. 180.000 gibt es. Dunkles. Ihr seht das. Ich bin gedroppt. Und mir wird auch 3.000 pro Dev gestohlen. Was auch knackig ist. Also wenn nicht das hier komplett zerstört wird. Ja. Und diese Pekkas sind halt verdammt teuer. Ich greife jetzt mit einem Pekka mittlerweile weniger an. Also 3 Pekkas. 3 Golems. Ich hatte teilweise 4 Pekkas dabei. Sind halt gleich mal 150.000. 1.000 Elixier. Dann kommt noch die Magier hinzu. Mauerbrecher. Klar. Das ist eher klein. Und. Was man natürlich auch nicht vergessen darf. Die Spells. Die hier noch dazu kommen. Und was ich euch noch zeigen wollte. Das hätte ich fast vergessen. War ein. War dieser Threestar. Auf die 8. Von der 13. Den Angriff fand ich wirklich gut gemacht. Nein. Quatsch. Nein. Da hat Adi sich schon entschuldigt. Er hat leider vergessen seine Trollbase umzubauen. Und deswegen haben wir gesagt. Deswegen bauen wir auch keine Trollbases. Wenn ich es richtig gesehen habe. Ist er auch schon wieder raus. Aus dem Clan. Ich weiß gar nicht warum. Ist schade sowas. Gar keine Frage. Aber gut. Kann passieren. Bester Angriff so bei uns. Wenn man es so sehen will. War hier der. Auf die 3. Eintruste von Spy4Delta. Und ich denke. Den können wir uns doch auf alle Fälle mal noch geben. Haben hier eine Rathaus Level 10 Base. Mit 24 und 26 Helden. Mauern sind auf Level 9 und 8. Death Einheiten sind so. Ja. Richtung Max. Bogentürme noch nicht. Aber sonst ist glaube ich. Vieles schon ganz gut dabei. Auch die Kanonen. Sind noch auf Stufe 12. Wenn ich es richtig beurteilen kann. Wir haben hier eine Golem Wizard Taktik. Würde ich es fast nennen. Ist zwar noch ein Pekka dabei. Aber er hat hier 2 Chumps. Kommt am Anfang mit einer großen Menge Golems. Und macht eben die Magier dahinter. Um ein bisschen Schaden zu machen. Einen Golem hat er hier rechts. Abseits noch gedroppt. Und jetzt macht er auch seinen vereinzelten Pekka noch hinterher. Und kommt auch mit seiner Queen. Zweiter Jump. Wie es nicht anders sein sollte. Kommt ins Zentrum. Er hat noch Blitz, Wut und Freeze dabei. Glamburg kommt in diesem Moment raus. Es ist eine Hexe mit drin. Also auf die muss wieder der Fokus gelegt werden. Erst der Freeze bei ihm über den Tesla. Und über den Inferno. Und jetzt kam auch der Blitz über die Glamburg. Rechts der eine Golem mit Kombination Magier. Ist ganz praktisch schon ein paar Prozente zusammen. Barbarenkönig ist hier mitten im Zentrum drin. Hat auch gerade gezündet. Die Golems tanken weg. Die 33er Hexe. Hexe. Queen. Er kann von hinten wunderbar aufräumen. Holt sich erst mal ein entspanntes Rathaus. Die Golems tanken hier immer noch weiter vorne weg. Und ja. Die Queen darf dann weiter aufräumen. Hier oben wurden eben wie schon erwähnt noch ein paar Prozente gesammelt. Und die Queen bekommt dann einfach gar keinen Schaden. Also die Golems tanken hier ewig weg. Auch die Gegner Queen tut sich richtig schwer mit diesen gemaksten Golems. Und generell auch was, was bei uns gerade im Clan diskutiert wird. Weil zum Beispiel in diesem Clan war, ist Moritz. Ja. Ihr wisst, Moritz ist lange dabei. Vize, treues Mitglied. Und ich halte nur das Beste von ihm. Ist er schier verzweifelt. Also beide Angriffe gingen bei ihm schief. Ihr habt es ja vorher gesehen. Hat null Sterne geholt. Und er hatte seine Probleme mit den Packers. Man kann sagen, mal zu früh gesetzt. Mal zu spät gesetzt. Aber da wurde es eben diskutiert, dass man vielleicht doch in Zukunft mehr, ähnlich wie es hier Spy for Delta, Taktiken mit wenig oder gar keinem Packer ausprobiert. Also eher viele Golems mit Golem Witches zum Beispiel. Da war ja Jörgi schon sehr erfolgreich. In einigen Clan war es, dass man also die Golems zum Tank nimmt und dahinter mit Hexen arbeitet. Oder eben Golem Wizard. Was ich ja auch schon einige Male probiert habe. Bei mir in dem Clan, wo Gott sei Dank ging der erste Go-Wipe-Angriff ja sehr, sehr gut. Der zweite, ja, ging in die Hose. Wisst ihr was? Den schauen wir uns zum Abschluss noch an. Ich möchte mich hier natürlich nicht verstecken. Und auch, ja, das waren nur 50 Prozent. Ja, habe mich nochmal für Golem Wizard Pekka entschieden. Hier, fieses Base-Design. Man ist dazu geneigt, von unten anzugreifen. Ich habe aber gesagt, nein, ich komme von der, ja, wenn man es so nennen will, halben Queen-Seite. Habe erst mal mit Mauerbrechern aufgeräumt. Versehentlich, das muss ich zugeben, aus die Helden gesetzt. Ich wollte es aus die Golems setzen und hatte mich da vertippt. Deswegen musste der Barbarenkönig zu Beginn schon mal sehr, sehr viel einstecken. Jump hat gesessen. Was auch gut geklappt hat, waren die frei gebrochenen Mauerstücke. Pekka's, ja, also die Hexe kommt, die Klarmung. Ich habe gewartet, bis sie noch gesprungen ist und habe sie dann geblitzt. Ich glaube, ich habe sie auch komplett erwischt. Pekka's sind in diesem Fall halt leider hochgezogen, weil ich ja den Jump eher im unteren Bereich hatte. Und die Pekka's, ja, sind dann eben eher in den oberen Bereich. Aus der Freeze war ganz okay. Barbarenkönig, zweite Freeze auch nochmal auf Tesla und Inferno. Aber in dem Fall hatte ich wirklich das Pech. Barbarenkönig und Queen sind runter. Pekka's sind hoch. Und nur wenige Einheiten sind in die Mitte reingezogen. Die Golems jetzt hier entscheiden sich, okay, hey, wir könnten ja eigentlich doch in die Mitte gehen. Und das Problem einfach, ja, alles soll in die Mitte, nichts geht in die Mitte. Mitte Pekka's eben mit Golems hoch. Helden gehen unten hin. Und deswegen hat es auch leider nicht geklappt. King hatte ich dann, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe, auch, glaube ich, noch vergessen zu zünden. Waren dann die 50 Prozent. Und ich wollte die Queen dann auch nicht mehr sammeln lassen, sondern habe gesagt, komm, wird eh kein Toolstar mehr. Ans Rathaus komme ich mit dieser halbvollen 18er Queen. Mit Tesla und 20er Barbarenkönig der Deft nicht mehr ran. Und das ist halt wirklich, also das Geheimnis, wenn man es so nennen will, an Golem, Wizard, Pekka, ist halt wirklich, dass man es schafft, dass die Pekka's ins Zentrum mit reinziehen. Also optimal ist Golem vorne, dann kommen die Magier, dann die Pekka's und dann die Helden. Und das zieht alles ins Zentrum rein und in Kombo mit Wut macht es dann einen mega Schaden. Sobald man aber den Faktor hat, dass irgendwas nicht ins Zentrum zieht, dann wird es problematisch, wie man auch hier bei mir gerade gesehen hat. Hier war es doppelt bitter, eins geht hoch, eins geht runter. Aber so ist das manchmal. Das kann man nicht immer vermeiden. Jo, ich würde sagen, das war es zur heutigen Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Ich ganz klar bin leicht betrübt. Klar nur, hat leider nicht geklappt, aber ihr hört auch mal dazu. Ist alles eine Übungssache. Ganz oben, das darf man nicht vergessen. Steht immer noch der Spaß. Wenn euch die Folge Spaß gemacht hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr keine zukünftige Folge mehr verpassen wollt, dürft ihr unten natürlich auch gerne, da unten ist der Button, auf Abonnieren drücken. Und wir sehen uns dann morgen Abend zu einer neuen Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Das war's.